Schau mal Anselm, was ich heute beim Spazierengehen gesehen habe. Und? Weißt du, was das ist? Piep, 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 piep. Ein Kühe? Ja, auch. Irgendwie ist das die typische Antwort. Dabei meint die Kuh nur das weibliche Tier. Und mindestens das Exemplar mit Nasenring ist definitiv kein Weibchen, sondern der Vater der Kleinen, der Kälbchen. Und bei denen habe ich ehrlich gesagt nicht darauf geachtet, ob sie Jungs oder Mädchen sind. Es gibt noch weitere Begriffe rund um das Rind, aber Kuh, Bulle und Kalb sind schon mal die wesentlichen. Es ist also sinnvoller, im Allgemeinen vom Rind zu sprechen.